Ich bin jetzt etwas langsamer. Waaah! Moment, was geht denn los? Ach, das ist ein bisschen zu schnell. Vielleicht auf Siegel. Ah, wie geht das Rave Jump nochmal? Wow, wow, hinter mir vor mir. Ach, wie kann man am Anfang? Das war ein geiler Killgratium in der Luft hier. Wow! Kann man nicht wieder andere Waffe ausführen? Oh, das ist ein Standard. Der Modus ist anders. Ich kann die Map bauen. Wollen wir uns da los? Verarsche doch. Fumination an der hier. Ich will auch die Raegan. Raegan und geht nie. Wollen wir uns da hin? Ja, wollen wir sie später. Okay. Wollen Sie hier? Wollen wir sie noch nichtorscheid. Wollen wir uns da hin? Das ist ein Waffe. Aber man macht mich nicht so schnell. Ich habe es einen Waffe. Oh, du willst. Aber ich laske mich. Und ich bin jetzt hier. Oh. Oh, das wäre was. Ach, du willst. Bspwarten. Wow, hier habe ich die Reihen, muss ich die auch haben? Nein, die Waffen wechseln. Woah, Alter! Ich muss mal... Moment. Controls, Weapons. Maschinengun, C. Shotgun, Shotgun, C. Rocket Launcher, Q. Lightning Gun, F. Ray Gun, V. Wow, Gauntlet Maus nach vorne, macht er nicht. Controls, Weapons, Plasmagun, R. BFG brauche ich nicht. 1-2 Maschinengun, von mir aus. So, was ich falsch gemacht habe? Doch. So, ich habe hier gar nicht so falsch als die Tasche gerichtet. 1 HP, Alter, glaube ich eben. Jetzt geht es ins Brave Jump. Jetzt geht es auch. Jawohl. 1 HP fic, Marinaple. 1 HP, Minster. 1 HP, sorta- Versuch, welcher Sensang. 2 HP Musこp. 1 HP. 2 HP, oder genau? 2 HP, oder? nya HP, gerichtet zu eriamente grabiert. 7 HP, die Plamente gasper, dankbar. 3 HP schmeck manaise, 2 HP, die Platicascha, 1 HP herzust Bevennen. So mal kurz zum chillen, da zocke ich mal hier schnell ein bisschen Quake. Woah, alter! Ich wusste nicht, dass man am Anfang zwei Waffen aussuchen kann. Ganz nur auf Bühne. Naja, das kommt klar. da ist ja, ich weiß dass er nicht mehr so kann. Da ist keine Ahnung, ob er nicht mehr so kann. Also, ich weiß, dass er nicht mehr so kann, da ist er nicht mehr so will, aber er ist auch schon fast diese Waffen haben. Weißte nur so ein Gaudi zu haben. Zum Beispiel sind ja 1 gegen 1. Wow. Das Fort ist auch falsch. Ich hab mal Fort 110, ich hab jetzt eben nur 100. Oh, ich hab's getoppt. Ich hab's gar nicht gewusst, dass ich die Railgun habe. Ich hab die gleich genutzt. Alter, warum ist der hier? Was ist das für die Nap? Das ist voll neu. Alles nicht. Wow. Aber geile Namekampf. Nice. Wir spielen gleich Michelle. Alles gut. Ich weiß, wie viel Uhr machen wir. Noch paar Minuten. Schau her. Passt hier. Ist gut. Gibt da kein Licht? Schau her. Schau her. Schau her. Wie soll ich meine Waffenkonstellation wieder ändern? Ach so, hier. Das da. Das da und... Das da. Genau. Cool, Lustigkeit. Das ist ein anderer Spielmodus. Kann ich nicht. Oh ne, wo bin ich denn hier? Oh ne, wo bin ich denn hier? Ich wusste ja gar nicht, was ist da. War das nicht umgestellt hier? Die andere Waffe, die da? Ja. Ja. Very nice. Very nice. Das war jetzt geil. Ach so, ich wechsle ja eh gleich hier auf Konsole, gell. Jack. Bist eh schon raus, gell. Krass, man. Lang nicht mehr gespielt hier. Gäcksel muss die ganze Zeit, man ist doch erst ab. Ja, aber ab... Ich bin raus, ja. Ab 18 hast du was anderes am Plan. Ab 18 meine ich. Bisschen zu schnell jetzt die Maus. Slash Zen... Slash Zen Z... TZT... Ach, geht gar nicht. Okay. Controls, Maus... 7 machen wir... 6 für mich, genau. Ist hier Wasser? Was ist da? Ready. Oh, jetzt prepare to fight. Komm, dann endlich. Wie könnt ihr das hören hier? Das, was ihr immer sagt. Kenne ich alles durch die Maps hier? Gutes Willen hier. 15 Jahre nicht mehr gespielt haben, die neue Maps entwickelt oder was? Woah! Oh, der geht ab da an da. Sollte vielleicht doch am Anfang doch mit dem testen. Ein bisschen zu üben. WTF, man? Komm ich da rüber? Hm. Boah, der geht ab. Wo hat das aufgetaunt? Wo hat das aufgetaunt? Wo, wo, wo ist denn? Hä? Irgendjemand geht da hinten. Boah, voll die Rakete in der Fresse. Nice. Kannst du? Ich muss nur die Map anfangen. Ich will meine Q3 DM6 wieder haben. Die hat die Stimme verändert hier. Ey, was ist denn scheiße? Wieso ist denn da Wasser in der Mitte? Leute, ich habe doch nie Wasser gesehen in dem Spiel. Wieso ist denn da Wasser in der Mitte? WTF, man? Nein. Seriously. Woah. Alter, der scheiß Weg ist auch nein. Spinn ist ja. Woah, was ist denn? Leck, leck. Alter. Leck. Wow, weg zu der Waffe, Alter. Der Shotgun ist das Böse, wenn man getroffen wird. Was ist das Böse? Was ist das Böse? Was ist das Böse? Ich werde wieder hier einspielen. Ich muss nur die Kontrollen ändern und dann muss ich noch... Mach ja, aber nicht jetzt. Ich spinn eh was anderes. Du kurz hier. Du sagst, nein, wechsel, wechsel. Du hast selbst gekillt. Ja. Ich stelle das schon nochmal ein hier. Und zock das halt dann einfach so. Zu zwischendurch. Gut. Dann war es das. Und nun testen, ob es geht. Ich muss dann auch viel konfigurieren. Dann wechseln wir hier auf die Konsole. Stimmt doch laut Plan, oder was sagt denn der Plan? Hm. Das ist mein Plan. 16 bis 18 30. Okay, doch fast. Jojo weiß ich ja, Piro. Ich kenne es ja. Ich habe sie gespielt. Äh, vier Jahre. Ich weiß ja, ich kenne es ja. Logisch. Nur, ich habe gerade eben das installiert, während ich AdWords Warfighter gespielt habe und einige Einstellungen gemacht. Währenddessen. Eben gerade. Und, machen wir schon. Machen wir schon. Aber, ich muss sagen. Diese 10 Minuten haben mehr Spaß gemacht, als die ganze Woche Call of Duty. Auch wenn ich jetzt alles nicht eingestellt habe. Drücken sie Start. Ja. Hm. Ja, jetzt sehe ich es auch. Ja. Also ist das immer alles so klein eigentlich, verstehe ich gar nicht. Jetzt. 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 Okay. Ja, ich bin hier jetzt erstmal auch weg. Bin noch zu halb im Chat, aber ich chill jetzt noch ein wenig und dann gehe ich schon schlafen. Oder versuch zu schlafen. So. Tja. Na viel Spass, ne?